Begleitet mich heute noch mal ins Disneyland Paris. Hallo mein Lieben, ich habe mich wieder eingeschaltet zu einem neuen Vlog aus dem Disneyland Paris. Und ich bin noch nicht am Disneyland Paris oder eben Disneyland Paris. Ich warte auf meinen Shuttle von dem Hotel, wo ich hier übernachtet habe, wo es dann auch ganz bald, wenn ich meinen YouTube-Plan angucke, noch nicht so ganz bald, aber es wird dazu auf jeden Fall ein Video geben. Und jetzt kommt auch der Shuttle. Ich werde dann meinen Koffer wieder am Bahnhof abgeben. Wird heute den ganzen Tag alleine sein. Vielleicht treffe ich den einen oder anderen. Aber ich muss noch ein paar Videos drehen. Und das erste Video, was ich gleich drehen werde, werde ich wahrscheinlich dann bereuen. Dazu dann aber mehr, wenn ich dort bin. Jetzt kommt der Bus, wie gesagt, und wir sehen uns dann im Park. Und heute Nachmittag geht es dann wieder zurück nach Hause. Da fahre ich wieder mit dem TGW. Wir haben nämlich heute einen halben Feiertag in der Schweiz. Also in Zürich, nicht überall in der Schweiz, in Zürich. Es ist ja kantonsbasiert. Und sechste Leuten. Und deswegen habe ich einen halben Feiertag. Und in einem halben Tag habe ich mir dann noch freigenommen. So, Kopf abgegeben. Durch Security durch. Die Sonne scheint. Es ist ein bisschen frisch, aber ich habe heute Jeans an. Ja, ganz ungewohnt in der Hose in den Disneyland Park zu gehen. Aber heute ist eh keiner da, wo wir ein Fotoshooting machen können. Vielleicht treffe ich später ein paar Charaktere. Aber ich habe eh so einen langen Mantel an. Deswegen dachte ich, heute wird es ja auch ein bisschen kälter. Ziehe ich mal einfach einen Jeans an. Ich gehe jetzt rein und dann starte ich das Video. Und zwar möchte ich eine komplette Disneyland Park Tour Film. Ohne Pause zu drücken auf der Kamera. Also ein One Take, habe ich so schön heißt. Und ja, das ist mein Plan. Keine Ahnung, wie lange es wird, wie lange es dauern wird. Wie anstrengend es wird. Aber das ist der Plan. Das kommt dann in den nächsten Wochen online. Ich dachte mir, das ist eine gute Idee. Weil dann habt ihr für die, die gar nicht hier waren, mal so einen Eindruck, wie groß das ist. Wo was liegt und so. Ich werde auf den Hauptrouten bleiben. Also nicht die Abkürzung oder sowas nehmen. Das mache ich vielleicht in einem separaten Video dann noch irgendwann mal. Aber heute geht es nur um die Hauptrouten. Und das mache ich jetzt zuerst. Und dann hören wir uns hier wahrscheinlich erst danach wieder. So, eine Stunde zehn hat es, glaube ich, gedauert. Die Disneyland Tour. Mein Rücken. Ich muss jetzt kurz hier ein bisschen Pause machen. Gehe da nochmal zu Big Thunder Mountain. Muss eine Runde Big Thunder Mountain fahren. Und es sieht wirklich noch leer aus. Ich bin gespannt. Versuche vielleicht noch ein paar Charaktere zu treffen später. Mal sehen, ob das klappt. Und ja, aber erst mal ein kurzes Päuschen hier. Es gibt eine neue Szene, eine neue Szene bei Star Wars mit Mandalorian und Ashoka. Fünf Minuten Wartezeit. Schauen wir uns doch das mal an. Und ich hoffe, ich bekomme die englische Variante. Ja, ich habe die Ashoka-Szene leider nicht. Mando mit Grogu. Habe Ashoka nicht geguckt. Aber ja, also man hört entweder oder. War ganz nett, auf jeden Fall. Ich habe jetzt leider nicht die englische Version gehabt. Habe ihn gefragt, aber hat es uns leider nicht gegeben. Deswegen, ja. Haben wir einmal getestet. Der Mandalorian ist wieder da. Er war ja zwischendurch mal nicht da. Aber Baby Yoda oder Grogu macht heute Pause. Der Montagmorgen dachte, ne. Das mache ich nicht mit. Aber er sieht ganz nett aus. Auf jeden Fall finde ich halt mit Grogu ist es einfach so süß. Na ja, aber die Schlange ist trotzdem, also nicht so lang, aber es ist schon lang. Und ich weiß nicht. Wow, das ist ein Blitzler. Ingrid und Gold, I'm so shocked. Ich bin Laden, ich sehe, ich sehe, der Thorne aus. Ich bin froh'n, aber ein Blitzler. Ich bin froh'n aber. Oh, nicht zugood. Achtung bei you, Paul. Oh! Das war's. Ah, das ist schon so! Es ist schon so, dass du mal verweiligst! Oh, du bist so großartig! Oh, du bist so großartig! Ich habe jetzt mal die Show geguckt, weil ich eh am Platz war und dort gewartet habe. Jetzt lau ich mal ins Frontierland. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Quartiere oder wie weit die Wartezeit bei Fanta Mickey ist. Ansonsten ist gerade Big Thunder Mountain 45 Minuten. Ich überleg mir tatsächlich den Film Hex ist dafür zu kaufen. Ich brauche es halt für ein Video. Mal gucken, entscheide ich spontan. Jetzt hier Churros im Frontierland vom Big Thunder Mountain Eingang. Churros mit Soße. Churros von Sugar und auch Hot. Und Cold Trink oder Hot Trink. Kasten 7 Euro, nur die Churros kosten 5,50 Euro. Und es gibt hier auch diesen Turkey Leg für 9 Euro. Ja, probiere ich doch jetzt mal. So, das sind die Churros. Auch 50, doch nicht im Genü mit Sahne. Sahne ohne Sahne. Mit Sahne und Zoll-Körner-Sirup ist das, glaube ich, eine Sauerei. Ich probiere die jetzt mal. Dazu habe ich heiße Chocolat. Ich habe mich jetzt ins Casa der Coco verzogen, weil es draußen schon sehr, sehr windig ist. Und ja, probiere ich jetzt mal. Alles hier nicht so einfach mit den Churros. So. Ich habe schon überall diese Hamelsauce. Und habe jetzt auch irgendwo Taschentücher mitgenommen. So. Dann let's go. Probieren wir das mal. Also unten wegen der Sahne sind sie schon ein bisschen, nicht mehr so knusprig. Aber. Ich mache den gut. Aber auf jeden Fall. Essen. Ich habe sehr viel Sahne. Aber klar, den kann man ja auch ohne kaufen. Was mir nur fehlt, ist der Totenkopf. Und ein Bild war ein Totenkopf. Wo ist der denn? Na ja. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Deswegen, ja, packe ich euch jetzt in den Rucksack, werdet meinen Koffer holen, dann nach Gare de Lyon fahren und dann nach Hause fahren. Also ich hoffe, der letzte Vlog hier alleine im Dessert in Paris hat euch gefallen. Wenn euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben, dann abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao! Übrigens war der Burger sehr, sehr lecker. Untertitelung. BR 2018